Mit seinem Zweitaktor kann er nun Hügel hochfahren! Das ist Team Gorilla 2! Ha ha ha! War ja schon alles da! Inklusive Motor! Dieser Handschuh! Ganz schön fesch war's! Ich glaube, ich bleibe nun bei diesem Schnieken-Look! Schießt los! Erzählt mal, was ihr bauen wollt, bei dem ihr mich unbedingt braucht! Ich bin ganz ohr! Na, da muss ich mal an! Ho ho!